Umgebungsmodelle werden sehr häufig mit einfachen Volumenkörpern nachgebildet. Mit dem Morph-Werkzeug erstellen Sie auf einfache Weise solche Modelle. Mit selbsterklärenden Befehlen wie Zeichnen, Drücken oder Ziehen entstehen schnell die ersten Kubaturen. Zur Erstellung von Dachformen können Sie einfach neue Linien zeichnen und die entstandenen Kanten verändern. So entstehen einfach und schnell Umgebungsmodelle. Ebenso lassen sich mit dem Morph-Werkzeug auch konzeptionelle Entwürfe erstellen. Dabei können Sie von einem Grundkörper aus Ihren Entwurf modellieren oder Ihr Modell aus einzelnen Flächen zusammenbauen und zu einem Solidkörper umwandeln. Ein weiterer Vorteil des Morph-Werkzeugs ist die Möglichkeit, jeder Fläche ein eigenes Material zuzuweisen. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, die Texturen individuell auf den einzelnen Flächen auszurichten. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, die Texturen individuell auf den einzelnen Flächen der gesamten Flächen. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, die Texturen individuell zu verwenden. Untertitelung des ZDF, 2020